Hallo, ich begrüße euch recht herzlich heute kurz vor Ostern. Wir haben gesagt, komm, wir machen uns heute Nachmittag nochmal auf, machen ein kleines Video zum aktuellen Stand im Pflanzenbau. Die letzten Tage war verdammt kalt, Nachtfröste haben wir gehabt, aber die Witterung, die zeigt uns nach der Wettervorhersage zwar jetzt über das Wochenende ein bisschen durchwachsen, aber durchaus Tendenz warme Temperaturen. Bedeutet unter dem Strich für uns, wir sind jetzt wieder im Fokus draußen auf dem Feld, Pflanzenbau, Pflanzenschutz steht jetzt wirklich auch auf der Tagesordnung. Zum Beginn möchte ich links von mir den Raps ein bisschen ansprechen. Wir haben jetzt da ein typischer für unsere Region Rapsbestand, wo die Knoschpe erhoben sind. Wir haben noch keine geöffnete Blüte, aber die Thematik ist jetzt Rapsglanzkäfer zum Beobachten. Klar, die Gelbschale Checker, was haben sie draußen, was haben sie nicht draußen. Zum einen und zum anderen ist aber auch die Knoschpe ab zum Klopfen und das ist jetzt aktuell wichtig und ich habe jetzt gerade keine Rapsglanzkäfer drauf. Es wäre auch für mich ein bisschen verwunderlich nach dieser kalten Witterung die letzten Tage. Schaut sie, was Sache ist, schaut sie, was los ist. Wenn die ersten Blüten dann öffnen, die ersten sozusagen Lockpunkte mit der gelben Farbe dann im Feld da sind, dann ist die Rapsglanzkäferproblematik eher dahin. Zweiter Themablock heute ist so das Wintergetreide. Wir haben Bestände draußen, da ist noch kein Herbizid durchgeführt worden, also Winterweizenbestände vor allem, manche Tritikale Bestände. Wintergerst ist in der Regel fertig. Wenn Herbizid noch nicht gemacht ist, dann jetzt rausfahren, schauen, was haben sie für Leitungkräuter drauf. Die nächsten Tage auf jeden Fall setzen. Die Witterung gibt es uns frei. Also ich denke, wenn am Samstag nicht zu viel Regen kommt und wir da ein bisschen eine trockene Phase dran haben, am Samstag ist das unser Hauptthema oder dann nach der Feiertage Dienstag, Mittwoch. Neben Herbizideinsatz, wo jetzt notwendig ist, schaut sie auch ein bisschen auf die Thematik, wie ihre Bestände homogen sind. Wir stellen fest, dass wir dieses Jahr für uns extreme Inhomogenität haben. Also wir haben Bestände, die sind irgendwo in der Entwicklung Mitte bis Ende bestocken, also 25 bis 27. Wir haben aber auch schon wirklich Bestände, da merkt man schon seit ein paar Tagen, die sind Richtung Schossen. Also diesen ersten Knoten haben sie schon 31 und gehen jetzt schon langsam weiter. Wie ihre Bestände sind, schaut sie bitte draußen. Es ist ein bisschen abhängig, was man jetzt mit dem Wachstumsregel ein bisschen steuert. Wenn man noch im niedrigen Bereich sind, also Bestockungsphase, ist irgendwo die Ansage, man macht irgendwas Richtung Zig-O-Zill, dass man die Seiten der Triebe noch ein bisschen aktiviert, dass man das Wurzelwerk noch ein bisschen aktiviert. Wenn wir schon drüber sind, also schon über 30, 31, dann ist eher so der klassische Wachstumsregel einzusetzen. Schaut sie, wenn sie fahren, was auch die Temperaturen machen. Das ist wahrscheinlich schon abhängig, ob man am Samstag oder wie gesagt erst in der Woche drauf fährt. Wir haben Ihnen da auf der Homepage, wo jetzt unten eingeblendet ist, noch natürlich eine Zusammenstellung gemacht. Es gibt hier Mittelkombinationen und die sind jetzt vielleicht ein bisschen früh, aber vom Pflanzenwachstum extrem wichtig. Alles, was dann weitergeht, was dann kommende Woche folgend ist, würden wir so im nächsten Video Ihnen zusammenfassen, Ende der nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen mit dem ganzen Team vom Pflanzenbau hier im Landwirtschaftsland Biebrach ein schönes Osterfest. Genießen Sie das Wochenende, genießen Sie die Tage und vor allem die frühlingshaften Temperaturen. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Michael Ziesel